Wenn du zum ersten Mal mit Garmin Basecamp eine Route planen willst oder einfach auf die Schnelle eine Verbindung zwischen zwei Orten suchst, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir eine einfache Routenplanung von Punkt A nach Punkt B. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Welche das sind, lernst du gleich mit mir. Bis zum nächsten Mal. Willkommen bei Garmin Basecamp, der kostenlosen Software zur Routenplanung und Verwaltung. Heute will ich dir zwei Möglichkeiten zeigen, eine einfache Route zwischen zwei bekannten Punkten zu planen. Dazu solltest du entweder eine Karte für Garmin Basecamp installiert haben, ein Gerät mit installierter Karte angeschlossen haben oder ein anderes Speichermedium angeschlossen haben, von dem du eine Karte aufrufen kannst. Wo du Karten finden kannst und wie du diese auf verschiedenen Medien installierst, zeige ich dir in einem anderen Video. Ich habe meinen Fahrradcomputer von Garmin angeschlossen, auf dem eine Karte vorinstalliert ist. Außerdem habe ich weitere Karten direkt installiert, von denen ich mir die Freizeitkarte Deutschland für die Übung auswähle. Damit sich die Karte schneller auflöst, empfehle ich dir, nicht sofort die höchste Detailstufe auszuwählen. Sollte das irgendwann nötig werden, dann kannst du das auch jederzeit ändern. Planen wir nun gemeinsam eine Route zwischen zwei bekannten Punkten. Das Tool für die Routenplanung findest du hier in der Dateileiste unter Werkzeuge und dann ist das hier die Route. Aber wenn du hier die Werkzeugleiste eingeblendet hast, kannst du das auch über Neue Route aufrufen. Wenn du da draufklickst, dann öffnet sich ein neues Fenster zur Routenplanung. Dort kannst du nochmal die Karte auswählen, aber das ist jetzt hier in dem Moment für uns erstmal nicht wichtig, weil die können wir jederzeit ändern. Ebenso kannst du die Aktivität jederzeit ändern, aber da wir hier gezielt nach einer Verbindung für ein Auto suchen, stelle ich das gleich mal ein. Aktivität Auto fahren und könnte jetzt hier einen Startpunkt suchen, einen Zielpunkt suchen. Dort tut sich Garmin Basecamp manchmal ein bisschen schwer. Deswegen zeige ich dir gerade eben mal eine andere Möglichkeit. Hier wird dir auffallen, dass der Mauscursor auch, so wie ich über die Karte gehe, sich zu einem Stift geändert hat. Da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt gehe ich hier rüber und dann nutze ich dieses Suchfenster. Und schaue hier mal, ob ich eine Adresse finde. So, die habe ich jetzt hier eingetragen. Bietet er mir noch kein befriedigendes Ergebnis an. Ich klicke dann hier auf das Zahnrad und habe dann die Möglichkeit, nach Adressen zu suchen. Und du siehst, ich habe hier schon gesucht. Ich lösche jetzt einfach mal die Straße raus, trage die ein, nach der ich suche. Und kann denn hier übersuchen, mir die Ergebnisse anzeigen lassen, bekomme hier exakt eins. Das hängt dann immer vom Kartenmaterial von der Datenbank ab, die zur Verfügung steht zur Suche. Hier in dem Fall gibt es nur diese eine Adresse. Die nehme ich dann, greife die und halte die mit der linken Maustaste und ziehe die hier in dieses Feld rein. Startpunkt. Und es steht hier auch Startpunkt hier hinziehen. Ziehe ich die rein und lasse die los. So, und habe dann hier als Startpunkt jetzt den Triftweg 1 angegeben. Und jetzt suche ich mir gleich noch mein Ziel. Ich habe jetzt einfach mal beliebig mir zwei Straßen in Magdeburg rausgesucht. Und suche hier wieder. Bekomme hier diesmal zwei Suchergebnisse angezeigt. Dann nehme ich mir auch gleich wieder das erste. Ziehe das hier rüber, wenn das Plus erscheint. Dann lasse ich das los. Und habe die Röntgenstraße 1 als Zielpunkt angegeben. Jetzt kann ich die Suche hier oben über das X schließen. Dann habe ich auch wieder einen besseren Überblick über die Karte. Und klicke dann auf Los. Und Garmin Basecamp hat mir jetzt hier eine Route berechnet nach meinen Start- und Zielvorgaben. Wenn du das zum ersten Mal machst, dann kann das sein, dass hier dieses Häkchen fehlt. Dann hast du nur die Angaben zum Start- und Zielpunkt. Wenn du mehr sehen willst über diese Tour, mehr Informationen brauchst, dann klicke hier einfach auf mehr Info. Hake die Checkbox an und dann siehst du, wie viele Punkte benutzt werden. Du siehst dann die Zwischenziele, die Distanz kannst du sehen, die Fahrzeit in etwa, die geschätzt wird. Und kannst hier oben den Namen für die Tour verändern. Ich sage jetzt einfach mal eine Autoroute, damit wir die nachher besser unterscheiden können. Ich soll einen eindeutigen Namen wählen. Na gut, okay, dann machen wir das nochmal. So, hier habe ich das Profil vorne. Das habe ich dir vorhin schon angekündigt. Du kannst jederzeit ein anderes Profil wählen. Dann wird die Route neu berechnet. Du kannst hier die Farbe vergeben. Ich entscheide mich hier mal einfach für Rot. Dann hast du die Möglichkeit, die Wegbeschreibung für die Tour dir anzuschauen. Du hast hier nochmal die Routenpräferenz. Du kannst das auch verändern, wenn du möchtest. Hier hast du ein Höhenprofil dazu. Dann kannst du dir hier Notizen machen zu deiner Tour. Und du hast hier noch die Verweise, wo diese Route abgelegt ist. In welchem Ordner und in welcher Liste die Tour gespeichert ist. Das Ganze können wir uns erstmal schließen. Weil wir sind jetzt hier soweit durch mit der ersten Planung für eine Autotour. Um dann die Karte wieder bewegen zu können, klick einfach hier oben auf Verschieben. Oder wähle das hier aus der Werkzeugliste raus. Gleich hast du oben verschieben. So, und dann kannst du hier auch wieder ganz normal die Karte bewegen, was vorher mit dem Stift nicht geht. Da passiert was anderes. Da kommen wir gleich zu. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Du findest die Routenplanung in der Dateileiste unter Werkzeuge und dann Route. Du kannst dann über die Suche dir einen Startpunkt suchen, den du dann hinüberziehst in das Dialog- oder in das Planungsfenster. Du kannst dort einen Zielpunkt suchen, ziehst den dort rüber und klickst dann auf Los und Garmin Basecamp berechnet dir dann deine Route. Im zweiten Beispiel planst du nun eine Route zwischen zwei Punkten, die du selbst auf der Karte definierst. Gehe dazu zu deinem gewünschten Kartenausschnitt, so wie ich mir den hier ausgewählt habe. Stelle den Zoom so ein, dass du den Ort für den Start sehen kannst. Klicke dann wieder auf das Werkzeug Route, schließe nun das Eingabefenster für Start und Ziel. In dem gewählten Beispiel möchte ich eine Fahrradtour planen. In dem Fall ist das auch schon mal voreingestellt. Übrigens gibt es die App Komoot, mit der du ebenfalls Routen zum Wandern und Radfahren planen kannst. Außerdem ist Komoot auch zum Navigieren geeignet. Alles Wichtige über Komoot zeige ich dir in dem Video um rechts. Nachdem du nun die Aktivität ausgewählt hast, setze den Startpunkt auf der Karte. Ich zeige dir das mal, indem ich hier ein bisschen wieder nach Magdeburg reingehe. Nutze dazu die Pfeiltasten auf dem Keyboard, um mich hinzunavigieren zu dem Punkt und kann raus- und reinzoomen über das Mausrädchen. Das gleiche könntest du oben über diese Steuerleiste machen. Ich belasse es hier dabei. Setze jetzt einfach hier meinen Startpunkt und du siehst, jetzt steht hier schon mal der Name für die neu zu erzeugende Route. Und an meinem Mauszeiger hat sich jetzt hier ein Strich angeheftet und ich gehe jetzt einfach mal hier kurz ein bisschen die Elbe wieder hoch, komme nach Schönebeck und zoome hier rein. Setze dann jetzt einfach meinen Zielpunkt und anders als vorhin öffnet sich jetzt noch kein Fenster. Ich muss jetzt erstmal die Planung beenden, indem ich hier Escape klicke auf der Tastatur. Damit lässt auch hier der Mauszeiger die Planung los. Gehe dann wieder hoch auf Verschieben, um die Routenplanung zu beenden und habe dann jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, direkt mal reinzuschauen, was ich hier für eine Route geplant habe. Ich kann hier auch wieder rauszoomen und habe dann den Überblick schon mal, was mir Garmin Basecamp für eine Route geplant hat. Und jetzt zeige ich dir die Möglichkeiten, wie du in die Route reinkommst. Du kannst entweder hier über Doppelklick dir die Route aufrufen oder klickst hier direkt auf den Namen der Route. Und wenn das nicht eingeblendet ist, ich mache das mal gerade eben zu, dann kannst du auch direkt auf die Route doppelklicken und dann öffnet sich hier das Fenster, das Infofenster wieder zur Route. Sieht genauso aus wie vorhin, wo wir das hatten. Ich mache das jetzt mal einfach hier schwarz, denn unterscheiden sich die beiden Touren ein bisschen besser. Aber ansonsten hast du auch hier wieder die Möglichkeit, über die Checkbox dir mehr Informationen anzeigen zu lassen. Du kannst hier dann wieder den Namen vergeben. Ich mache da jetzt einfach eine Fahrradroute draus. So, und dann haben wir hier noch. Der mag das nicht, okay. So, wir haben dann hier die Möglichkeit, auch jederzeit wieder die Aktivität zu ändern. Die Farbe habe ich eben gerade schon geändert. Hier ist die Wegbeschreibung zur Route. Hier hast du die Routenpräferenz, die du noch ändern kannst. Hier ist das Höhenprofil angezeigt. Und hier kannst du dir selber noch Notizen zu deiner Tour machen. Hier ist wieder der Verweis, wo diese Route liegt, in welcher Liste und in welchem Ordner. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Du kannst eine Route auch durch das Setzen von Punkten auf der Karte planen. Starte dazu das Routenplanungstool über die Werkzeugleiste oder über die Dateileiste. Klicke dann jeweils für Start und für Ziel auf die betreffenden Orte der Karte. Dadurch erzeugt Garmin Basecamp direkt eine Route zwischen diesen beiden Punkten. Natürlich willst du deine neu geplante Route auch verwenden. Du kannst dazu die geplante Route exportieren. Wenn du sie auf einem Gerät nutzen möchtest, das nicht mit Basecamp verbunden werden kann. Klicke dazu einfach hier in der Bibliothek auf die Route. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die Fahrradtour. Markiere sie. Gehe dann hoch zu Datei. Exportieren. Nicht klicken, sondern einfach nur drüber gehen mit der Maus. Gehe dann hier auf Auswahl exportieren und dort dann klicken. Und dann hast du hier die Möglichkeit, deine Tour zu speichern. Und hast auch noch eine weitere Möglichkeit, hier verschiedene Dateiformate dafür zu verwenden. Also wenn du es dann an ein normales GPS-Gerät schickst, wird es in der Regel wahrscheinlich eine GPX-Datei sein. Einfach dann auf Speichern und dann kannst du diese Datei dann später zu deinem Gerät senden, per E-Mail oder rüberschieben über ein Gerät, was du über USB beispielsweise angeschlossen hast. Hast du ein Garmin-Gerät mit Basecamp verbunden, gehst du anders vor. Du kannst die Route direkt per Drag-and-Drop auf das Gerät verschieben. Möchtest du Näheres zu Drag-and-Drop erfahren, schau doch mal in meinem Erklärvideo, was ist Drag-and-Drop, welches du oben rechts aufrufen kannst. So, dann zeige ich dir das mal. Du nimmst das hier per Drag-and-Drop und schiebst das einfach hier rüber. Kannst jetzt hier loslassen. Dann wird diese Tour automatisch auch an dein Gerät gesendet. Jetzt ist hier das grüne Häkchen. Damit ist die Übertragung dieser geplanten Tour abgeschlossen. Alternativ kannst du auch die Tour markieren. Klickst dann mit der rechten Maustaste und gehst auf Senden an. Und hast hier die Möglichkeit, das entweder an andere Ordner zu senden oder eben auch an ein Gerät, was du angeschlossen hast. Und hast hier die Möglichkeit, wieder den Ordner auszuwählen, auf OK zu klicken und dann wird das Ganze übertragen. Hier wird es wieder mit Häkchen bestätigt, dass die Übertragung erfolgreich abgeschlossen ist. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Um deine geplante Route nutzen zu können, kannst du sie zum Beispiel exportieren, um sie dann auf Geräte zu übertragen, die du nicht mit Garmin Basecamp verbinden kannst. Oder aber du kannst deine geplante Tour an ein Garmin-Gerät übertragen, was du mit Garmin Basecamp verbunden hast. Weitere Hilfen zu Garmin-Produkten findest du oben rechts. Die ganze Welt von Komoot stelle ich dir in der Playlist unten rechts vor. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken, genauso wie über einen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bleib gesund, bis zum nächsten Mal.